Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch aus dem ICE 1 hier aus der Strecke Bremen-Oldenburg. Wir befinden uns gerade im Bahnhof von Oldenburg. Da steht es. Hier ist auch gerade gar nichts los. Es ist halt eben früh am Morgen. Hier vorne steht noch was abgestellt. Und wir steigen ein, während wir hier noch der 612 beim Einfahren gucken. Sehr schön, wir werden mal rein in den Führerstand. Im Führerstand drin Fahrtrichtungswender rein und auf Neutralstellung. Türen können wir öffnen. Das Licht würde ich gerne hier einmal ein bisschen runter dimmen, damit wir auch was Gescheites sehen. Das hier war es, glaube ich. Und hier ebenfalls. So, dann gehen wir noch einmal kurz in Neutralstellung. Dann gehen wir mal hier nach hinten an unseren Schaltstrang. Die Sifa lassen wir aus. PZB machen wir aber an. LZB machen wir an. Gehen hier vorne auf die V-Soll-Freigabe. Ah, erstmal die AFB an. So, alles andere passt. Stromabniemer DB. Das sieht doch auf jeden Fall in Ordnung aus. Dann setzen wir uns wieder hin. Und stellen mal die Türen schon zugemacht. Ja. Stellen wir uns mal die AFB auf die 60. Das passt. Dann können wir abfahren. Fahrtrichtungsfländer nach vorne. Einmal die Spitzensignale kontrolliert. Ja, das ist nicht gut. So, jetzt vielleicht. Jawohl, das gefällt mir schon eher. Die stehen hier alle spadiert. So, dann würde ich sagen, Signal zeigt, dass wir das hier auf jeden Fall überfahren können. Und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht den Fahrtweg, weil ich sehe danach nur rote Signale. Ich würde sagen, hier entstande Bremsen. Lösen. Und setzen den Zug in Bewegung. So. Ah, das Signal da hinten ist grün. Sehr schön. Das wollte ich nicht. Ich dachte, ich habe mich befreit. Jetzt. Upsi. Fünf vereint. Fünf. Mein Fehler. So. AFB bestimmt mal runter auf die 0. So, Hauptbefleitung füllt sich. Und wir können uns ein zweites Mal in Bewegung setzen. Und wir können uns ein zweites Mal in Bewegung setzen. Und jetzt wird es hoffentlich eine etwas ruckelfreiere Fahrt. Ach, die sieht fast gar nicht an. Ich hätte sie ruhig, glaube ich, anmachen können. Ja, mal vorbei an dieser Brücke. Eieieie, ist das nicht ein schönes, schönes Bild? So, keine Zwangsrevision, sehr schön. Das freut mich doch sehr. Ja, so, wir dürfen immer noch nur 60 fahren. Also, es ist sehr, sehr dunkel. Was ist, wenn wir uns das Fernlicht anmachen? Oh, der Himmel sieht schon wahnsinnig schön aus. So, wir dürfen nun 120 fahren. Dann einmal die AFP hochgestellt auf die 120. Und den Rest macht der Zug dann im Runderraum fast schon alleine. Das ist übrigens der ICE 533, der in Oldenburg startet und bis ganz runter nach München fährt. Da sehen wir es nochmal, da steht es auch Zug 533. Sehr schön. Ja, es ist immer noch eine Mod-In-Arbeit bezüglich des ICE 1. Die viele Texturen, die hier überarbeitet im Führerstand und vor allen Dingen den Sound. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis die Mod erscheint, weil die hier sehr umfangreich ist. Und da noch einige Sachen, einige Sounds noch benötigt werden, noch in Arbeit sind, wie auch immer. Ist das nicht ein herrliches, herrliches Bild? Und so schön im leichten Orange der aufgehenden Sonne leicht bewölkt ist es. Und vor allen Dingen sehr, sehr dunkel. Vorbei am Biegen. So, ganz komplett verpasst. 160. Wir haben natürlich keine Zwischenhalte, und alles klar, dass der IC jetzt nicht hier irgendwie, weiß ich nicht, eine Hute hält. Was auch ganz dankbar ist, die Kilometrierung bei den Hektometertafeln fängt im Grunde genommen in Oldenburg an, in Bremen an. Das heißt also, die Kilometer, die hier an der Seite hochgezählt werden, das entspricht auch ziemlich genau der Streckenlänge. Na, geht der BÜ auf? Geht er auf? Geht er auf? Ach, so schön dunkel. Na. Echt nervig, hier zu wohnen. Warum geht er nicht auf? Nee. Sorry, nee. Die haben kurz die Gleise gefehlt. So, jetzt fahren wir mit unseren gemächlichen 160. Die wir ja sonst normalerweise auf dieser Strecke eher weniger ausfahren können. Mit der 110 kommen wir ja nicht auf die 160. Da werden wir auf die 140 limitiert. Ah, da kommt der Zug. Der 185 mit Güterwagen, mit Autotransportwagen. Der 185 von MNCE war das. Die 1. Die 1. Die 1. Die 1. Die 1. Schön, wie sich der Stromatrimonis hängt und hebt. Es dürfte auch gleich langsam ein bisschen heller werden, immerhin geht ja die Sonne auf. Und das ist die Ankündigung auf 120, da bremsen wir natürlich runter. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt beschleunigen wir. Und vorne dran sind 185. Ab hier dann 150. Und wir beschleunigen. Sehr schön hier mit einigen Industriegebäuden hier an der Seite. Ich denke mal, viele der Assets sind mittlerweile jetzt nicht unbedingt neu gebaut. Aber ist ja ganz gut, wenn man so eine große Kollektion an Assets bereits hat, die man verwenden kann. Das macht sicherlich den Streckenraum einiges einfacher. Ich muss noch mal einen Screenshot machen. Also bei so einer morgendlichen Stimmung Zugfahren ist doch wirklich was ganz, ganz friedvolles. Sofern man jetzt nicht irgendwie zur Arbeit muss, dann ist es eher weniger friedvoll. Oder zur Schule oder so. Einmal vorbei hier am kleinen Regionalbahnhof. Schön mit Bäumen im Bahnsteig drin. Gefällt mir. Auch hier der Obernetzungsbau. Schön gemacht mit den entsprechenden Masten, die hier aufgestellt sind. Sofern Sie ja wirklich. Und jetzt? Und dann? Oder? Und dann? Und dann? Ich freue mich. Und wieder am nächsten Bahnübergang. Es gibt sehr, sehr viele Bahnübergänge auf dieser Strecke. Es sind wirklich, wirklich viele. Aber wisst ihr, was es nicht gibt? Einen Tunnel. Hallo? Das war eine Baureihe 110. Ohne Steuerwagen, glaube ich. Wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir hier eine grüne Welle haben und hier nicht großartig uns von der PZB noch rumquälen lassen. Nachdem wir das schon zu Beginn erledigt haben. Also das ist wie hier ich. Man sieht auch, es wird jetzt langsam wirklich hell auf der Strecke. Man erkennt deutlich mehr vom Gleis. Das wird jetzt alle so lichtverhältnis-technisch ein bisschen besser. Vielleicht kann ich auch wieder mit dem Fernlicht runter. Aber ich sehe doch lieber gerne ein bisschen mehr. Ich weiß, das ist nicht üblich. Das wird eigentlich nicht gemacht. Aber erst mal runter auf die 120. Ich weiß, das wird jetzt nicht mehr so lichtverhältnis-technisch ein bisschen mehr so lichtverhältnis-technisch ein bisschen zu spät. Oh, das passt schon. Wir haben noch 14 Kilometer bis Bremen. Bremen. Die Hauptstadt. Die Landeshauptstadt des Bundeslandes Bremen. Die Heimat der Bremer Stadtmusikanten und von Jan Böhmermann. Oder zumindest die Geburtsstadt. So, dann können wir die AFP auch schon wieder hoch auf die 160 schieben. Das ist schön, wie schön urban das hier ist. Das gefällt mir sehr. Also, dass man hier im Grunde genommen durch die Städte hier durchfährt. Und das hat immer was. Finde ich mal ein bisschen interessanter als durch, jetzt sagen wir mal nur in Anführungszeichen, Wald zu fahren. Ohne Berge, ohne sonst irgendwas. Wenn es einfach nur Bäume rechts und links sind oder irgendwelche Felder. So wie bei Hamburg-Lübeck. Das ist halt dann irgendwie auch nicht so ganz spannend. Aber so ist halt auch die Strecke in Realität. Da kann der NGTG jetzt nichts für, dass Hamburg-Lübeck jetzt nicht die abwechslungsreichste aller Strecken ist. Lässt sich halt nur fragen, warum dann die Strecke gebaut. Naja, das kann ich jetzt auch nicht beantworten. Ich bin ja nicht ein Mitarbeiter von DTG. Ups, pardon. Einmal das Mikrofon angedötscht. Da kommt der Gegenzug. Die Bauer 110 mit Steuerwagen diesmal. Ja, die zweite Strecke hier aus Norddeutschland. Aber definitiv die bessere der beiden. Also hier in Bremen-Ollenburg ist wirklich eine detailverliebt gebaute, sehr sehr abwechslungsreiche, schöne Strecke. Und das obwohl sie durchs norddeutsche Flachland verläuft. Sieben Kilometer noch. Was ich so enttäuschend an Hamburg-Lübeck fand, war jetzt nicht mal irgendwie die Strecke selbst, ehrlich gesagt, sondern eigentlich die Tatsache, dass kein neues Fahrzeug mitgeliefert wurde. Es gab ja die Baurea 182 für Güterverkehr, ein MSE-Design. Ja, schön, gut, neues Repaint, toll. Die gleichen Güterwagen, es gab keine neuen Güterwagen. Und halt die Baurea 112, die meiner Meinung nach jetzt kann sich ja darüber streiten, dass man jetzt sagt, okay, es gab ja die 112 vorher nicht, sondern nur die 143 im Spiel. Ist das jetzt eine neue Lok? Ja, technisch gesehen irgendwie schon. Das war ja schon, musste ja schon ein bisschen was umgebaut werden und so. Aber trotzdem, es hat sich letztlich... Also letztlich ist die Baurea 112, glaube ich, so ein bisschen so ein... Ja, Copy-Paste der 143 und dann noch so ein paar Kleinigkeiten individualisieren. Und dazu gab es dann halt auch noch die Dostos, wie immer. Die auch, glaube ich, nicht die... Ups. Das habe ich übersehen. Was habe ich denn übersehen? Es gab... Da gab es eine Ankündigung auf 60. Ah. Vermutlich. Interessant, hier die Baustätten. Das ist aber interessant gemacht. Gucken wir uns das mal ganz kurz hier an. Hier so ein Betonmischer. Auch so ein Bagger, so ein paar Bagger eingestellt. Interessant, hier wird wohl, weiß ich nicht, vielleicht sogar eine Autobahn gebaut. Er könnte etwas wenig breit sein für eine Autobahn. Not bad. Zweite Zwang, so. Ich gehe jetzt erstmal auf die 40 mit HFB. Bevor ich da mich noch mal noch ein drittes Mal vertue. Ja, das passiert halt, wenn man sonst quatschend kommt, dann achtet man auch so auf die Schönheit der Strecke. Oder aber nicht mehr so sehr auf die Streckensignale. Das ist natürlich nicht der Plan. Das Bordrestroir mit diesem erhöhten Dach. Ich habe Angst, jetzt ein Signal irgendwie zu mal sehen. So, aus einem kleinen Rund. Lachsam, das Dach. Ah, ne. So, jetzt gehen wir hoch auf die 60. Wir fahren vorbei hier an einem kleinen Regionalbahnhof. Dessen Name ich nicht erkenne. Was ist denn dahinten? Oh. Hallihallo. Da sind sehr viele Lichter. Hier übrigens ein neuer Güterwagen-Typ, ne. Auch hier die KIJLS aus Kassel-Würzburg. Hier so ein Kunstpark. Da kommt uns ne 425 entgegen nach Nordham. Mit dem roten Rücklicht. Wahnsinn hier, diese Straßenarchitektur. Das Nachzuwarnen ist bestimmt auch recht anstrengend. Eine sehr autofreundliche Stadt, wie mir wirkt. Zugbehalt. 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 So, ab hier. Zugbehalt. haben wir jetzt halt zu erwarten für eine sehr interessante einfahrt nach bremina denkt man gar nicht hier kommen wir so praktisch über so neben gleis und dann zack ich habe auch nicht der große bahnhof dann auf wir sind trotzdem zwangsbundung fast pünktlich also der fahrplan ist sehr sehr vergebend irgendwie bin ich mit dem bahn und vielleicht noch mal ein bisschen näher zusammen mit euch so halt ankündigung mit verkürzten bremsweg war das glaube ich wir halten ganz vorne am signal der ec 1 ist ein sehr langer zug und können jetzt anhalten jawohl das ist glaube ich eine gute halteposition turn off so was haben wir denn hier so noch ein ec also ich habe rausgeschmissen anspiel zurückkehren ok ja macht die türen zu nein falsche seite egal job hat auch keine sekunde warten unfreundliche kollegen das ist ein schönes bild mit den n wagen so einen schönen hall hier im bahnhof das ist auf jeden fall nice gemacht das gefällt mir so gasthäuser was haben wir denn hier unten ok recht klassische unterführung hier die typischen anzeigen das sind übrigens ein sehr sehr schönes schickband hier gefällt mir sehr sehr gut auch hier das bundesbahnloge ist extrem gut gemacht und ich weiß aus eigener erfahrung wie schwer es ist das logo dieses logo hier zu erstellen mit dem livery editor wann fährt er ab um 7 55 und wir haben acht genug zeit steigen aber hier ein wir können ja auch hier tatsächlich die zuglichter waren nicht da ein machen die tür lässt sich dann nicht mehr öffnen kann man natürlich hier sitzen und das leben genießen in vollen oder leeren zügen je nachdem fenster lassen sich leider nicht öffnen und dass sich auch nicht ziehen handbremse lässt sich anlegen macht aber jetzt keinen unterschied für die ki ob die angelegt ist oder nicht das ist der ki egal ich glaube ich setze ich noch mal in den wagen dann können wir nämlich die freie kamera benutzen doch nee das ist diese gebunden an den zug aber nicht die 8 hat auch jetzt jetzt geht's dann können wir es nämlich die restliche umgebung hier angucken ist nämlich recht viel so an abstellgleisen hier haben wir die pos auch ziemlich viel rollmaterial abgestellt noch ein ringlok schuppen hier ist der ringlok schuppen also hier war der mal dass hier die drehscheibe diese harte signale die tafeln auch schön dass sie verbaut sind ähm was haben wir denn sonst noch so wie weit geht denn die gleise in die richtung frage ich mich das sieht auf jeden fall ganz gut aus hier auch ziemlich viel noch zeug so an den seiten abgelegt fliegen wir mal schnell wieder zurück weil ich noch vorhin was anderes interessantes gesehen habe hier haben wir noch so eine ähm autoverladerampe da kann man dann mit seinen mit den mit den autowagen mit den autogüterwagen da praktisch ran rangieren und hier dann auf dieser rampe hochfahren und den wagen da drauf fahren ganz interessant auf jeden fall von der konstruktion her ziemlich viel müll der hier rumliegt mit mini-medi-tages- und wochenpreise kipper und greifer mieten ne danke so noch irgendwas interessantes blieben da ist auf jeden fall auch noch sehr viel verbaut ja ja also sieht schon wirklich gut aus so sehr gut aussehen kann das ist halt die sache ne sehr schön haben wir noch so eine kleine doppeltein und ausfahrt das ist doch schon ganz hervorragend ne dann würde ich sagen mit diesem kleinen zusatz hier verabschiede ich mich von euch und wünsche euch alles lieber alles gute dann 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 dann